Antenne Thüringen. Weihnachtsengel. Gemeinsam stark für das Kinderhospiz. Wenn ein Kind krank wird und wenn das dann so auf eine Diagnose hinausläuft, dass es halt schon eine schwerere Krankheit ist, also jetzt so wie bei Lena halt, dann wirft er ihnen das halt total aus der Bahn. Auf der rechten Seite im Gehirn habe ich einen bösartigen Gehirntumor. Und ja, der hat gestreut hinten im Sehnerv, sodass ich jetzt halt auch schiele. Und durch den Tumor bin ich jetzt auch beschränkt mit dem Laufen. Simon! Simon! Du sollst das nächste Runde fahren. Es geht halt einem so einiges durch den Kopf. Man denkt dann so nach, wann ist soweit und wie wird das dann halt passieren und ob man dann im Krankenhaus ist oder ob man zu Hause ist. Ob man halt verbrannt werden will oder, äh, ja. Ich meine, die Oma guckt uns zu von oben. Bestimmt. Hast du Angst, wenn du zu der Oma gehst? Hm, weiß nicht. Aber du weißt ja, dass ich dich nicht allein lasse, wenn du zu der Oma gehst. Ich bin eigentlich schon ziemlich überzeugt, dass sie sehr genau weiß, was auf sie zukommt. Ich glaube, in ihr drin weiß sie schon ganz genau, dass sie auch bald sterben wird. Also ich habe so das Gefühl, sie, sie will jetzt noch nicht sterben oder halt überhaupt, sie will nicht sterben, aber sie, äh, also das, was jetzt ist, will sie aber auch nicht. Wie geht's dir heute? Gut, eigentlich. Eigentlich gut. Machst du dir Sorgen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Es ist sehr schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Ich denke, ähm, man versucht es zwar, ist aber fast nicht machbar. Mir tut es selber weh, Lena so zu sehen. Und in einer gewissen Art und Weise würde ich mir halt, würde ich mir wünschen oder ihr wünschen, dass es halt einfach irgendwie schnell vorbei ist. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen.